Das ist für mich selber Sturkarten, gutes Wintermohnen und deswegen sag ich dir, das wird angestoßen. Angestoßen wegen unserem Büchsenbier, denn auf jeden Fall sag ich dir, das gibst du dir überhaupt hier. Und manche stoßen auch mit Wasser an, vor Aqua, das macht dann auch ziemlich krasser an, aber ich bin nicht Wassermann, ich bin von Beruf Stier. Und deswegen sag ich dir, trinke ich Büchsenbier, Büchsenbier immer länger, lustig und leise, nein, auf jeden Fall finde ich dieses Zeug ja gar nicht scheiße. Denn ich schiebe heute Abend keine Panik, ich bin gut unterwegs und trinke meinen Panik, so heißt das. Und auf jeden Fall ziemlich hell, gibt es dann auch noch schönes Blinther-Unfell. Und große Mädchen, da bin ich mit dabei, und auf jeden Fall trinke ich davon ein Abend, will ich nicht sein. Und dann gibt es noch Klappenhalter, und dann sag ich, ey Joe, alter Falter, das Zeug, oder gibt's direkt im Nieden. Und auf jeden Fall gibt es nur Leute mit dem kleinen Weg, aber ich will dir nicht zu viel erzählen, denn ich werde mich jetzt an die Kommunen nicht abgewählen. Nein, ich mach sie jetzt nur, ich spiele das eine Aktion, denn der Kopfkuhl ist jetzt hier und wird noch bloß. Nein, ich mach sie jetzt nicht abgewählen.